Herzlich Willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Beim Bohren kann allerhand schief gehen. Im schlimmsten Fall passiert es, dass irgendwann der Bohrstrang festsitzt und egal wie doll man zieht, man kriegt das Ding nicht wieder los. Wenn das passiert, ist es höchstwahrscheinlich der Effekt des Differential Stickings, was das Problem ist. Und das wollen wir mal kurz erklären, was das ist. Differential Sticking ist auf Deutsch übersetzt sowas wie Festsaugen durch Differenzdruck. Und das kann man am besten mit einem Saugnapf erklären. Wenn ich einen Saugnapf habe und ich drücke den an eine glatte Oberfläche, dann entweicht durch den Andruck die Luft aus dem Saugnapf. Und wenn ich dann loslasse, dann federt der Saugnapf zurück und erzeugt einen Unterdruck unter dem Saugnapf, weil keine Luft nachfließen kann, weil das alles so schön glatt und dicht ist. Und deswegen ist dann schließlich außerhalb des Saugnapfs ein größerer Druck als unter dem Saugnapf. Und das führt dazu, dass der richtig schön fest sitzt. Ja, ein glücker Saugnapf. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, was das mit unserer Tiefbohrung zu tun hat. Und deswegen sehen wir hier mal so eine Tiefbohrung. In einer Tiefbohrung haben wir ja immer eine Spülung und diese Bohrspülung ist so schwer, dass der Druck im Bohrloch immer etwas größer ist als der Druck in den Poren des Gesteins. Das ist wichtig, damit aus den Poren des Gesteins kein Öl oder Gas in unsere Bohrung reinfließen kann, solange wir noch bohren. Ja, durch den Überdruck im Bohrloch geht uns am Anfang ein bisschen Spülung verloren, aber die Feststoffe in der Spülung sorgen dafür, dass sich ganz schnell ein dichter Filterkuchen bildet und dann geht keine Spülung mehr verloren. So, und in diesem Bohrloch haben wir nun unser Bohrgestänge. Solange das Bohrgestänge sich mittig im Bohrloch befindet, ist alles okay und nichts kann passieren. Aber früher oder später wird sich das Bohrgestänge auch mal seitlich an die Bohrlochwand anschmiegen und wenn wir dem Bohrgestänge dann auch noch ein bisschen Zeit geben und sich so richtig schön in den Bohrfilterkuchen einlagern kann, dann kann es ein Problem geben und das sehen wir hier auf diesem Bild. Jetzt haben wir nämlich auf der einen Seite des Bohrgestänges den hohen Druck der Spülung im Bohrloch und auf der anderen Seite, da unten links, da wirkt nur der etwas kleinere Formationsporendruck. Und das ist jetzt genau wie bei dem Saugnapf. Auf der einen Seite ist ein hoher Druck, auf der anderen Seite ein kleiner Druck und deswegen wird das Bohrgestänge an der Bohrlochwand so fest gedrückt, wie wir es vorhin hier mit dem Saugnapf an der glatten Oberfläche gesehen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man dieses Differential Sticking vermeiden? Na gut, wir alle wissen, dass der Saugnapf nur an glatten Oberflächen kleben bleibt. Wenn ich die raue Seite dieser Schale nehme, bleibt der Saugnapf überhaupt nicht hängen. Und das liegt einfach daran, dass an der rauen Oberfläche Luft nachströmen kann und deswegen entsteht unter dem Saugnapf kein Unterdruck und ohne Unterdruck kein Differential Sticking. Der Saugnapf fällt ab. Dasselbe machten wir auch in einer Tiefbohrung. Wir müssen einfach etwas aufrauen. Das Bohrloch selber können wir nicht aufrauen, aber wir können das Bohrgestänge rau machen. Und das machen wir, indem wir außen in das Bohrgestänge, in die Schwerstange, Eindrehungen einarbeiten. Und diese Eindrehungen, die man hier sieht, die bewirken, dass das Bohrgestänge, auch wenn es an der Bohrlochwand anlehnt, immer noch Spülung an die Rückseite befördern kann. Und das ist wie bei dem Saugnapf, der an der rauen Oberfläche nicht hält. So können wir verhindern, dass das Bohrgestänge sich an der Bohrlochwand festsaugt. Tja, und hier sind wir wieder bei unserem Startbild. Und mit diesem Wissen, was wir jetzt haben, können wir leicht identifizieren, dass das hier ein Fake-Foto ist. Erstens mal bin ich natürlich viel zu schlapp, um ein Bohrgestänge mit Muskelkraft festzuhalten. Aber zweitens wäre das Differential-Sticking hier auch gar nicht passiert. Denn das Bohrgestänge, was wir hier am Rand sehen, hat ja diese Eindrehungen. Und deswegen hätte es sich auch gar nicht festsaugen können. Dies und viele andere Sachen lernen wir in der Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik hier in Freiberg. Wir würden uns freuen, euch dabei demnächst in unserem Hörsaal begrüßen zu dürfen. Glück auf! Bistörer 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 Vielen Dank.